Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, warum es manchmal so lange dauert, bis unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Was genau bremst? Was hält die Wunscherfüllung von uns ab? Es sind zwei Dinge, um das gleich zu sagen. Erstens. Bist du dir sicher, dass du das, was du dir wünschst, auch wirklich willst? Es gibt nicht umsonst den Spruch. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Zweitens. Wir alleine bestimmen zwar sehr viel, aber eben nicht alles. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif für die Erfüllung deines Wunsches. Oder besser noch. Vielleicht kommt etwas, was viel besser ist als das, was du dir aktuell wünschst? Wir Menschen sollten uns nicht für klüger halten, als es das Universum und all die göttlichen Helfer sind. Sie wissen am besten, was für uns gut ist und was nicht. Einer Sache darfst du dir aber sicher sein. Es wird immer für dich gesorgt. Es wird immer dafür gesorgt, dass es dir an nichts wirklich fehlt. Dazu passt auch gut der Spruch, den Oma gerne aufsagte. Sei glücklich im Leben und tu deine Pflicht. Und zeige dem Tag kein Sorgen-Gesicht. Denn oben im Himmel hält jemand die Wacht. Und der fügt es besser, als du es dir gedacht. Ist das nicht sehr passend? Wir werden uns in den nächsten Wochen noch viel ausführlicher mit dem Thema Wunscherfüllung befassen. Und wie du trotz mancher Widerstände zu einem wundervollen Leben gelangen kannst. Es heißt ja nicht, dass gar nichts in Erfüllung geht. Nur eben nicht alles und eben nicht immer sofort. Bedenke, Zeit ist relativ. Daher abonniere gleich den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis bald!